Zehntausende Menschen haben in Berlin am Christopher Street Day teilgenommen. Laut Polizei waren es rund 65.000. Angemeldet war eine Veranstaltung mit 20.000 Personen. Nach zwei Jahren präsent sein, Gesicht zeigen und die Massen an Menschen, super. Einer der Veranstalter des Christopher Street Day in Berlin hatte zuvor angekündigt, die Veranstaltung wieder politischer machen zu wollen. Ein oft diskutiertes Thema während des bunten Umzugs durch die deutsche Hauptstadt war die Lage nicht-heterosexueller Menschen in anderen Ländern der Europäischen Union. Was in Ungarn, was in Polen passiert, was in Europa generell passiert, hat Auswirkungen auch auf Deutschland, auf Frankreich, auf alle anderen Länder. Und wir sehen gerade die Bewegung, was in Polen gestartet ist mit den LGBT-freien Zonen, was jetzt in Ungarn passiert, dass das auch nochmal den ganzen Hass auf uns verstärkt. Und das sieht man auch in Frankreich, das sieht man in Großbritannien, das sieht man in Spanien. Die vorgeschriebenen Hygieneregeln seien größtenteils eingehalten worden, ließ die Berliner Polizei verlauten.